Moin Leute und herzlich willkommen zu diesem Short. Ja, heute auf jeden Fall eine 5M Map und zwar die Tankstelle in Sandy Shores hat jetzt geöffnet. Ja, und wie ihr das Ganze installieren könnt, schaut einfach mal unten in die Videobeschreibung. Dort habe ich das Video einmal verlinkt und da wird das Ganze nochmal erklärt, wie ihr das Ganze dann installieren könnt. Und jetzt schauen wir uns einfach mal die Tankstelle genauer an. Und hier haben wir auf jeden Fall noch so eine Toilette, alt gehalten auf jeden Fall. Und ja, so sieht das Ganze hier von innen aus. Mit einem ATM hier und ja, genau. Und das befindet sich halt hier in Sandy Shores.